Herzlich willkommen hier aus unterführigen der Heimat von meinbowlingshop.de zu einer neuen Ausgabe unseres Tech Talks. Und heute, nachdem einige Fragen kamen, werde ich euch das 369 Räumsystem erklären. Zumindest mit meinen Worten und mit meiner Version. Und ich hoffe, euch gefällt es. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr noch nicht Abonnent unseres Kanals seid, würde ich mich freuen, wenn ihr ein kostenloses Abo da lasst. Wenn ihr Mitglied unseres EMAX Clubs Silber, Gold oder Bronze werden wollt, könnt ihr es gerne tun. Informationen dazu gibt es in dem Button Mitglied werden. Dort findet ihr ein Video. Und dieses Video ist im Rahmen dieses EMAX Clubs entstanden. Und nach einer gewissen Zeit werden diese Videos öffentlich gemacht. Und dies ist nun der Fall. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß dabei bei der Erklärung des 369 Räumsystems. So, nun sind wir hier in meiner Maske drin. Wie ihr hier seht, habe ich schon ein paar wesentliche Sachen vorbereitet. Unter anderem seht ihr hier direkt unter meinem Gesicht die Punkte, die auch auf dem Anlauf sind, die ja die Pfeile widerspiegeln, die ihr auf der linken Seite seht auf dem Bild. Und dann wiederum die Pins. Also, um euch jetzt zu erklären, auf Bild 1 ist das mit den Punkten auf dem Anlauf. Bild 2 ist das mit den Pfeilen. Und Bild 3 sind die Pins. Bild 4 bin dann ich. So, kommen wir nun zu den Punkten. Was bedeuten diese Punkte grundsätzlich erstmal? Der erste Punkt von rechts ist Leiste 5 für den Rechtshänder. Linkshänder ist immer gespiegelt. Der zweite Punkt ist Leiste 10. Der dritte Punkt ist Leiste 15. Vierte Punkt ist Leiste 20. Fünfte Punkt ist Leiste 25. Sechste Punkt ist Leiste 30. Und der siebte Punkt ist Leiste 35. Somit hat die Bahn 39 Leisten. Das heißt, wir haben 19 von der linken Seite, 19 von der rechten Seite und die mittlere Leiste dazu. Das erstmal zum Grundverständnis. Genauso spiegeln sich die Pfeile wieder. Da haben wir hier den ersten Pfeil, Leiste 5. Zweiter Leiste 10. Dritter Leiste 15. Vierter Leiste 20. Fünfter Leiste 25. Sechster Leiste 30. Und der siebte Pfeil, Leiste 35. Somit haben wir hier bewiesen, die Punkte spiegeln die Pfeile wieder. Und dann haben wir natürlich die Pins. Das ist ein volles Set an Pins. Einfach um mal das dann darzustellen. So, wie startet man jetzt ein Räumsystem? Beziehungsweise wie startet man, beziehungsweise wie erläutert man das 3, 6, 9 Räumsystem? Wir haben hier 3 entscheidende Pins auf jeder Seite. Das ist einmal Pin 2, Pin 4 und Pin 7 auf der linken Seite. Und Pin 3, Pin 6 und Pin 10 auf der rechten Seite. Ziel des Räumspiels ist es immer diagonal zu räumen. Das heißt, sobald auf der rechten Seite Pins stehen, bewegen wir uns mit unseren Füßen nach links. Stehen Pins auf der linken Seite, bewegen wir uns mit unseren Füßen nach rechts. So, jetzt kam natürlich ganz oft die Frage, von wo aus denn gesehen? Und da zeigt man immer den mittleren Punkt ausgesehen. Ich persönlich mache es mit dem linken Fuß innenkante als Rechtshänder. Der Linkshänder würde es mit dem rechten Fuß innenkante machen. Also ich messe an dieser Stelle hier mit meinem linken Fuß, der Innenkante ist Leiste 20. Und wenn jetzt Pin 2 steht, spiele ich 3 Leisten rechts davon mit meinen Füßen. Das heißt, ich stehe in diesem Fall auf Leiste 17 mit meinem linken Fuß innenkante, um auf Pin 2 zu werfen. Der Zielpunkt sollte sich im Bereich zwischen dritten und vierten Pfeil bewegen. Das heißt, zwischen Leiste 15 und Leiste 20. Da ist der Zielpunkt. Das kann je nach Optik sich um ein, zwei Leisten variieren, je nach Spieler. Aber dieses 3-6-9-System ist jetzt nicht der heilige Gral. Es ist aber eine sehr, sehr gute Richtung, um die Pins zu treffen. Somit bedeutet das, für Pin 2 gehen wir 3 Leisten nach rechts von Leiste 20 aus gesehen. Das heißt, wir befinden uns dann auf Leiste 17 und werfen zwischen den zweiten und dritten Pfeil hindurch. Steht nun Pin Nummer 4, gehen wir vom mittleren Punkt 6 Leisten nach rechts. Das heißt, auf Leiste 14. 20-6 ist 14. Innenkante, linker Fuß, Leiste 14. Und zielen über denselben Zielpunkt wie schon beim Pin 2. Auf dem Pin 7 gehen wir vom mittleren Punkt 9 Leisten nach rechts. Das heißt, auf Leiste 11 und zielen über den gleichen Punkt. Wichtig zu beachten, egal ob linke Seite oder rechte Seite Pins, ist, ihr müsst euren Drift einbauen. Das heißt, wenn ihr geradeaus läuft, gilt das genauso, wie ich es jetzt gesagt habe. Wenn ihr aber zum Beispiel nach links lauft, müsst ihr natürlich euren Linkstrift wieder dazurechnen. Solltet ihr nach rechts laufen, müsst ihr euren Rechtsdrift abziehen. Das heißt, das Ziel ist es, dass ihr an der V-Linie auf diesen Leisten ankommt. Dies bedeutet, um das jetzt nochmal zu wiederholen, auf die linke Seite jetzt, ihr müsst auf Leiste 17 ankommen mit euren Füßen, um Pin 2 zu treffen. Ihr müsst auf Leiste 14 ankommen, um Pin Nummer 4 zu treffen. Und ihr müsst auf Leiste 11 an der V-Linie ankommen, um Pin Nummer 7 zu treffen. Zielpunkt zwischen dritten und vierten Fall. Jetzt gehen wir auf die rechte Seite, dort zählt es genau dasselbe. Wir gehen von 20 drei Leisten nach links, das heißt auf Leiste 23, um Pin Nummer 3 zu treffen. Der gleiche Zielpunkt zwischen dritten und vierten Fall. Wenn wir sechs Leisten nach links gehen, treffen wir den 6er Pin und werden zwischen dritten und vierten Fall durchspielen und praktisch auf Leiste 26 stehen. Sollten wir auf den 10er Pin werfen, ist das Leiste 29, das heißt neun Leisten nach links. Daher kommt auch dieses 3-6-9-System. Pin Nummer 1, Nummer 5, Nummer 8 und Nummer 9 sind hier in dem System praktisch Gassenpins und sollten mit dem Anschubball geräumt werden. Ich persönlich räume den 9er Pin mit dem Sperrball. Ich räume den 5er und 8er und 1er Pin ebenfalls mit dem Anwurfball. Somit habt ihr aber eine sehr, sehr gute Grundlage für euer Räumspiel. Sehr gut ist auch hier Kombinationen, zum Beispiel, ich nehme jetzt mal das Beispiel Pin Nummer 6 und 10. Hier ist der Zielpin, Pin Nummer 6. Das heißt, ich gehe sechs Leisten nach links von Leiste 20, das heißt auf Leiste 26 und ziele hier auf den 6er Pin, um 6 und 10 zu räumen. Das heißt, der Zielpin ist immer der vordere Pin. Damit ist das System eigentlich grundsätzlich erklärt. Wie gesagt, ihr solltet euren Drift mit einbauen, das heißt schaut nach, wo kommt ihr an, wenn ihr auf Leiste 20 losläuft, lauft, einen normalen Ball werft, wo kommt ihr auch wirklich an der V-Linie an und berechnet das in euer Räumsystem mit ein. Das heißt, solltet ihr nach links driften, solltet ihr mehr Leisten nach rechts gehen. Das heißt, den Drift zählt ihr zu dem 369 dazu. Solltet ihr nach rechts driften, müsst ihr die Leisten natürlich abziehen. Dies kann zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich mache jetzt mal ein Beispiel, ihr driftet fünf Leisten nach rechts. Das heißt, ihr startet auf Leiste 20 normalerweise und kommt auf Leiste 15 mit eurem linken Fuß an. Dann müsst ihr zwei Leisten nach links gehen, um die linke Seite zu treffen. Dies ist der Grund, weil ihr fünf Leisten nach rechts driftet. Das heißt, es ist dann schon wieder ein verändertes 369-System. Deswegen ist es eine Richtung, aber am Ende muss dieses System sehr individualisiert werden. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt dieses System näher bringen, euch es genauer erklären. Wenn ihr Fragen dazu habt, bitte einfach in die Kommentare reinschreiben. Liken nicht vergessen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.